Ich sage dazu eine kleine Kleinigkeit. Ich werde von einem sehr guten Kumpel von mir immer gefragt, warum gehst du auf Demonstrationen, was soll das denn bringen, wenn man da durch die Straßen läuft und irgendwas brüllt, was soll das denn bringen. Dass ich heute hier bin, zeigt mir, was genau das bringt. Nämlich nicht, dass man durch die Straßen läuft und irgendwas brüllt, das gehört von Zeit zu Zeit dazu, klar, man muss laut sein. Aber es gehört auch dazu, dass man mit Leuten spricht und zwar direkte Demokratie lebt. Einfach mit Leuten spricht, die eine ähnlich kritische Einstellung haben und dadurch bewegt man unglaublich viel, weil dadurch lebt man eine bessere Zukunft, wenn man so will. Vielen Dank.